I can smell your booboo. I can smell your booboo. I can smell your booboo. I can definitely smell it. Boom! Ich wusste es! Wow. Der Traitor ist immer oben. Nicht immer, aber... Immer öfter. Klaus zahlt alles was ein Bier braucht. Was? Vielleicht ist da gar kein Russe. Vielleicht ist es auch ein Polo. Oder deine Freundin. Alex, bist du das? Vielleicht ist deine Freundin Manuel Neuer. Alex, bist du Manuel Neuer? Vielleicht will deine Freundin einfach nur ein Manuel. Was? Oder vielleicht will sie ein Neuer. Was? Vielleicht ist sie ein Neuer. Vielleicht bin ich Alex. Jetzt bin ich verwirrt. Vielleicht bin ich du und du bist er. Und er ist sie. Wer sind wir denn? Wir sind dann. Und die sind es. Wo sind wir? Keine Ahnung. Warum? Wollte ich das? Wann? Hier gibt's kein Bier? Wo? Vor allem liegt hier Straufenboden. Oh. Oh! Gute Antwort. Geht nicht. Ich seh grad Clan Level 2 haben wir schon. Keine Ahnung woher. Warum haben wir Clan Level 2? Ja, natürlich dank mir. Das heißt, man bekommt jedes Mal, wenn wir in der Clan-Partie spielen. Also sprich, wenn mindestens zwei. Ja. Ach, das sind diese 15 Punkte? Wo ich immer frage, so Flo, was sind eigentlich diese 15 Punkte da? Nein, du kriegst auch noch einen Personal Honor. Okay. So wollte ich gleich. Also wir spielen übrigens Arena, ne? Das war mir klar, deswegen hab ich Joki, äh, Joki. 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 Was für Jogurette? Nie wie so ein Gnocchi. 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 Jogurette. Dude, Hungry Steak. Was? What are those? Wer? He? Hello. Ähm. What do you mean? Dude, what are those? Secure our base. I think it's the first time that we have, like, an English... You look like Justin Bieber. Hahahaha. What? Hahahaha. Hahahaha. I don't know if I have to say thank you or fuck you. Hahahaha. But it's funny, bro. Hahahaha. Block, block, block. Bitch. Roma Invictor! WTF does that mean?! Dikdum! Dikkem! Dikdum! Dikdum! Dikduum! Dikdream, Dikdum! Dik-triam, Dikdum! Dik, in Dikdum! Dik, vi segregate great. Lelele. Tjølohna Trable. Ok, alles gleich. Während du rüppst, sehe ich einfach nur Kukul Karnes Ulti, wo der Drache kam. Kukul Karnes ist doch passend gewesen. Ja. Geh, spring dich an! Spring dich an! Willst du so Tower? Oh, and you're fucked. Ich wollte nicht in den Tower reinspringen und der hände das fером. Ruck dich, ey, ruh dich ja, hab ich gesagt. Eey. Verdammt. Du hast mir Kula vorgestellt. Aaaaand you failed. Da hab ich so bang, nigger. Aaaaand you failed. Mama! Mama! Don't fuck with me, or you have to fuck with my Quack. Or you have to fuck with my Quack? BITCH! Oh, Torben, ich hab sie direkt gestampelt. Und ein Ulti. Oh my god, 30 AP. Oh my god. Wirklich? Ich hab mir einen Tau ausprobiert, ey. Was hat der Tau ergeben? Nur weil ich die aussehen wie ein Pickel-Monster hier, wenn sie einen komischen... ein komisches... Coil-Laneer da einen Auspuff genannt hat. Einen Auspuff? Ja, guck doch mal, das ist ja auch ein Auspuff. Also, bei euch in Asien habt ihr aber komische Auspuffe. Ja, wir haben auch Prückel. Oh nein, Püffel. Aus Püffel. Püffel? Püffis Hampa... Ah ne, das ist ja japanisch. Ähm, Püffis Hampa... Oh mein... Tower, 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 einfach Tower. Bin gesund. Oh, fällt rein. Ja, chill mal dein Leben. Chill mal dein Leben, ich muss hier grad gegen zwei Handelsstieler kämpfen, weißt du? Und ihr habt da easy-peasy-game, ey. Easy-peasy-game, ey. Ja, gegen wen spiele denn bitte? Gegen Aphrodite, Alter? Das ist ein Kampf der Liebe. Zeus, ich sehe Zeus. Mhhh, hallo Zeus. Mhhh, hallo Zeus. Mhhh. Hast du Bock auf Widerstand? Haha, Zeus Widerstand ist Zwinglos. Oh Gott! Haha, war der gut? Nein. Jetzt geht´s well. Oh mein Gott, war der gut.